Unser Leben ist Rock'n'Roll 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 Das hier ist der Game-Modus, in dem ihr am Anfang gar nicht besser durch die Sachen selbst holen müsst. Das hier ist ja eigentlich einfacher. Ein Modus, in dem ihr schon alles mit drin habt. Und dann könnt ihr es euch aussuchen und auf Create New World. Jetzt wird eure Map erstellt, wie ihr jetzt am Anfang aussehen sollt. Oh, und das ist Webster. Ja, das ist ein Tocky. Ja, dann fang ich mal an. Ich zeige, wie man hier am Tisch bringt. Das benötigt jetzt TNT. Webstung. Und ein Leber. Okay, wenn ihr das habt, tut ihr erst mal TNT ankommen. Das war jetzt ein bisschen TNT, weil ich mir dann die ganze Ende in den Kopf habe. So, okay. So, okay. So, dann mache ich hier für mein TNT 11. Wenn ich den einschalte, explodiert das ganze TNT und ihr habt ihr ein großes Feld wieder frei. Okay. So, wenn ihr dann Bock dazu habt, könnt ihr eigentlich das hier alles einsammeln. Was aber eigentlich ein bisschen unnötig ist. Aber wenn es euch nervt, dass diese Teile da rumschweben, könnt ihr es einsammeln. Okay. So, okay. Okay. So, okay. Okay. So, okay. So, okay. So, okay. So, okay. So, okay. Vielen Dank.